Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Last of Us. Wir machen genau an dieser Stelle weiter und schauen wir mal, was uns jetzt erwartet. So, wo sind die denn jetzt hingerannt? Wie komme ich denn da jetzt hin? Das ist sehr gut. So, wie ging das jetzt noch mal? Kann man da jetzt noch mal hoch? So, ok. Es ist schon dunkel. Ach, du Scheiße. Deine Leute? Der Rest von ihnen. Was glaubst du, warum ich euch fragen muss? Nee, ich verliege mich runter. Pass mal auf. Warum jetzt? Wir waren ruhig. Wir wollten die Stadt verlassen, aber sie brauchten Schuldigern. Sie wollten uns provozieren. Sie haben es wohl geschafft. Wir mussten uns verteidigen. Wir spielen das, was Sie haben das schon gemacht. Natürlich. Ich bin, dass Sie sich Ihnen da nicht schützen, ist es möglich. Ich bin... 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 So, dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. Aber da scheint was zu sein. Na super. Ihr solltet uns heute keinen Ärger machen. Da schieße ich den jetzt oder nicht? Gleich hier. Weiter so. Weiter so. Scheiße, wer schießt da? Geh! 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 Keine Munition mehr, verdammt. Ah, komm. Ah! 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 So, haben wir sie jetzt alle? Ah! Gottverdammt, das ist Warren! Ruhe in Frieden! Wir sollten los, Marleen. Es kommen bestimmt noch mehr Soldaten. Ja, stimmt. Dann los. Komm, ich jetzt die Tür los. Okay, das ist nicht der richtige Weg. Dann schauen wir mal hier lang. Wohin gehen wir, Marleen? Hier lang. Es ist nicht mehr weit. Hoffe ich auch mal. Ich bin ganz schön fertig, aber es geht schon. So, dann gehen wir mal weiter. Was sollen wir schmuggeln? So ein ganz klein bisschen erinnert mich das Game an... Wie heißt das noch? Ich habe es gerade auf der Zunge gehabt. Da gibt es fünf Teile von Far Cry. So ein bisschen an Far Cry. Joel, hilf mir mal eben. Wo, wo, wo. Vorsichtig. Steh auf. Lass die scheiß Finger von dir. Hör auf damit. Du musst dir jetzt schon Kinder rekrutieren. Sie gehört nicht zu den Fireflies. Oh Mist. Was ist passiert? Keine Sorge, das wird wieder. Sie helfen uns. Und da ist das kleine Mädchen der Horphandlung. Ich kann nicht mitkommen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie sie heißt, aber da ist sie. Aber dann bleibe ich. Ellie. Das ist unsere einzige Chance. Abby. Genau, Abby. Wir schmuggeln sie? Eine Truppe Fireflies wird sich mit euch am Rathaus treffen. Das ist verdammt weit weg. Ihr werdet das schaffen. Ihr bringt sie hin, kommt zurück und kriegt die Waffen. Doppelt so viele wie Robert hat. Wo du es gerade sagst, wo sind sie? In unserem Lager. Wir werden nichts schmuggeln, bis ich sie gesehen habe. Du kommst mit mir mit. Du kannst die Waffen prüfen. Und ich werde mich versorgen lassen. Aber sie wird nicht mit uns in diesen Teil der Stadt kommen. Ich will, dass Joel auf sie aufpasst. Oh, ich glaube, dass ich keine gute Idee bin. Woher kennst du sie? Ich kannte seinen Bruder Tommy. Er sagte, wenn ich in Not bin, kann ich mich auf ihn verlassen. Vor oder nach seinem Abgang aus deiner Kampftruppe. Von dir ist er auch weg. Er war ein guter Mann. Hör zu. Bring sie einfach zum Nordtunnel und warte dort auf mich. Das darf doch nicht wahr sein. Naja, es ist ein Mensch. Es ist ein Kind. Nicht bloß Ware. Alles wird okay. Jetzt geh mit ihm. Halt dich an. Und du? Komm her. Gehen wir. Das wird lustig. Oh. Ich hab Schüsse gehört, aber... Was war los? Die Fireflies. Das wird uns auch passieren, wenn wir auf der Straße bleiben. Du bist der Boss. Ich folge dir nur. Mhm. Ein Unschab freigeschaltet. Gefallener Firefly. Sehr schön. Dann wollen wir mal weitermachen. Für unseren Gast, sag ich mal. Bei Gast, der trifft es nicht ganz, glaube ich. Ich glaube, die gehört jetzt auch zur Haupthandlung. Da geht es anscheinend nicht rein. Hier lang. Weil da durch den Zaun werden wir nicht kommen, glaube ich. Dann gehen wir mal hier runter. Hier runter. Kommt die auch mit? Ja. Ein bisschen träge, das gute Mädel. Los, mach ihn. Ja, doch. Geht anscheinend auch nicht lang. Gut. Gehen wir weiter. Gut. Wo gehen wir hin? Da hoch. Da kommen wir zum Nordtunnel. Und wie? Wo sollen wir da hochkommen? Hab nur kurz Geduld. Ah. Ich habe im Moment noch keine Idee. Vielleicht? Hm. Das könnte gehen. Sehr schön. Passt doch. Na also. Toughes Mädchen. Der Tunnel schmuggelt ihr Sachen hier durch? Ja. Auch Illegales? Manchmal. Auch schon mal ein Kind geschmuggelt? Nein, bisher nicht. Was läuft da eigentlich mit dir und Marlene? Ich weiß nicht. Sie ist eine Freundin, schätze ich. Eine Freundin, ne? Du bist also befreundet mit der Anführerin der Fireflies. Wie alt bist du? Zwölf? Sie kannte meine Mutter. Und sie kümmert sich um mich. Und ich bin vierzehn. Auch wenn das absolut nicht wichtig ist. Wo sind deine Eltern? Wer hat überhaupt noch Eltern? Sie sind tot. Schon sehr lange. Und anstatt zur Schule zu gehen, haust du lieber ab und gehst zu den Fireflies. War es so? Hey, ich darf dir nicht sagen, warum du mich schmuggelst, wenn du darauf hinaus willst. Weißt du, was toll an meinem Job ist? Ich muss gar nichts wissen. Um ehrlich zu sein, interessiert es mich einen Scheiß, was du vorhast. Na toll. Gut. 14, immerhin. Naja, immerhin schon Jugendliche. Hier ist es. Für 14 sieht die echt jung aus. Oder was sagt ihr? Was soll das denn werden? Zeit totschlagen. Oh, und was soll ich jetzt machen? Ich bin sicher, dir fällt irgendwas ein. Deine Uhr ist kaputt. Was? Du redest, wenn du schläfst. Ich hasse Albträume. Ja, ich auch. Tja, wer hasst die nicht, oder? Weißt du, so nah war ich noch nie dran. An der Grenze. Und wie dunkel es ist. Draußen kann es nicht schlimmer sein. Oder? Was zum Teufel wollen die Fireflies von dir? Hey, hat etwas gedauert. Überall verdammte Soldaten. Wie geht's, Marleen? Sie schafft es. Ich hab die Ware gesehen. Es ist viel. Wollen wir? Ja. Dann los. Tja, dann los. Findest du es nicht komisch, dass sie uns die Arbeit überlassen? Marleen wollte es selbst machen. Wir waren nicht erste Wahl. Ist sicher nicht mal die zweite. Sie hat viele Leute verloren. Da blieb ihr nichts übrig. Ja, hoffentlich lebt noch einer, der uns bezahlt. Da wird schon jemand sein. Tja, ich würde sagen, ich kann hier erstmal den Generator anschmeißen. Mist. Mist. Scheiß Teil. Äh, was muss ich da machen? Mist. Scheiß Teil. Gott, scheiß Teil. Wie funktioniert das? Mist. Gott, scheiß Teil. Hä? Scheiß Teil. Sorry Leute, wie funktioniert das? Gott, scheiß Teil. Scheiß Teil. Mist. Mist. Hab's doch grad was gehabt. Mann, ey, was ist das denn für ein Scheiß? Scheiß Teil. Gott, scheiß Teil. Ah, ey, ganz ehrlich. Scheiß Teil. Scheiß Teil. ở 37. Da ist ein Team Folumen. Es wird der Ar mouse neu fahren. Ja, herrsch hallo. Keiner muss diskutieren. Da kommt noch größer. Scheiß��요. Ich halte mich das god. Katja. Konziekt sich. Kolleginnen, es ist eine gute Formulierung. Oh טוב ist 웃ogen. Sie lieb. Sie surveyился Great Tab. Gott understand momentan und Du hast einillah goal. Yuvelhapowerna? Psylon? Jawoll! Geht doch! Mach was halt so! Ach, wir sind's im Himmel. Warte mal, da vorne ist eine Patrouille. Okay, wir können, kommt hoch. Komm, Kleine. Sei vorsichtig. Ach. Dieser Regen ist nicht gut für uns. Ach du Scheiße. Ich bin dafür nicht draußen. Hier geht's lang. Jetzt bloß keine Dummheit. Los. Umdrehen, auf die Knie. Du scannst sie, ich melde es. Okay. Die Hände auf den Kopf. Sie ist Ramirez auf Sektor 12. Er bitte Abholung von drei Flüchtigen. Verstanden. Siehe es doch mal so, dass ihr könnte sich richtig lohnen. Bleistell. Genug bei diesem Scheiß. Wie lange dauert's? Ein paar Minuten. Oh Scheiße. Mann, die Kleine ist ja richtig tough. Irgendwie aufhalten. Oh Scheiße. Hier. Oh mein Gott. Hat Marlin uns verarscht? Warum schmuggeln wir ein infiziertes Mädchen? Ich bin nicht infiziert. Nein. Das hier lügt. Ich kann's erklären. Dann erklär's lieber schnell. Seht mal her. Egal wie es passiert ist. Es ist drei Wochen alt. Nein. Man verwandelt sich in zwei Tagen. Hör auf uns anzulösen. Es ist drei Wochen her. Ich schwör's. Was hätte sie denn davon? Eben. Ich glaub es nicht. Oh Scheiße. Meine Tess. Lauf! 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 Los! Kommen! Oh Scheiße. Zwei große Uniformierte. Wiederhole. Wir haben verletzte Insektor 12. Bitte unverstanden. Scheiße. Jetzt wird's kritisch. Okay. Auf mein Signal laufen. Signal. Laufen. 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 Das wird Depending, wo ist das natürlich, đánhvend? Laufen. 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 Dealhen. Laufen. Laufen. Was machen wir jetzt? Ich glaube nur dick die Hörde. Wo zum Teufel muss ich hin? Da rein. Ich sehe sie, ich sehe sie. Oh, scheiße. Hast du das gesehen? Nein, Mann, ich habe hier nicht. Scheiße. Da steht auch einer. Ich sehe ihn nicht. Haben wir sich Kontakt? Negativ. Weiter suchen. Ich sehe ihn. Die Munition ist leer. Nicht verlieren. Wir sehen, ich habe hier nicht Kontakt. Negativ. Weiter suchen. Oh, scheiße. Heilige Scheiße. Keine Munition mehr. Das macht die Sache nicht einfacher. Wir können welche hören. Geh' doch runter, Mann. Los, los. Scheiße drauf. BeŒt wenn wir zu dirいました. Scheiße drauf. Geh' gleich erstmal wo bitte. Scheiße drauf. Hier können wir durch. Wir sind richtig, sehr schön. Komm, komm, Ellie. Hier durch. Komm schon, Joel. Ich komme, ich komme, ich komme. Es sind so viele hier draußen. Wie sollen wir da vorbeikommen? Sie sehen uns noch nicht. Gehen wir außen rum. Wie sieht aus? Ich habe keine Mission mehr. Es ist doch viel schlimmer. Ich habe keine Mission mehr. Man wird da vorbeikommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Versuch sie abzulenken. Okay. Okay. Scheiße. Okay. 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 Scheiße, Mann, wie ging das denn nochmal? Ah, so, ok, sehr gut, erstmal spiel speichern, würde ich sagen, das ist mir dann doch sicherer. So, dann schauen wir mal weiter, sind denn überhaupt die beiden anderen? Das ist da. So, dann schauen wir mal. Was da runter? Tess, hast du eine Ahnung, wo lang? So anders. Warte mal, mal sehen, wo es hinführt. Taschenlampe anmachen? Ja, sieht gut aus. Bleib hier. Wenigstens regnet's hier nicht. Wie sieht's aus? Hier müssten wir durchpassen. Ja. Gehen wir da mal lang. Ich glaube, sie sehen uns nicht. Bleibt im Dunkeln. Ja. 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 Na ja. Ach, das auszuschalten. Gucken wir erst mal hier lang. Jawohl, Munition. Scheint irgendwas drin zu sein. Nö, auch nicht. Tess, hier lang durch das Rohr. Ich glaube, wir kommen hier durch. Bleib dich dran, Annie. Okay. Oh, warte, warte. Wer flut. Samuel, wir rufen uns zurück. Zurück zum Wald. Weiter. Okay, sie sind weg. Was war der Plan? Angenommen, wir bringen dich zu den Fireflies. Was dann? Marleen, sie... Sie sagte, sie hätten dort eine Quarantänezone. Mit Ärzten, die immer noch ein Heilmittel suchen. Ja, kommt uns bekannt vor Ort, Tess. Und das... Das, was mit mir passiert ist, der Schlüssel zu einem Impfstoff ist. Oh, Himmel. Das hat sie gesagt. Oh, bestimmt hat sie das. Hey, verdammt, Mann. Ich wollte das hier nicht. Ich auch nicht. Tess, was zur Hölle machen wir hier? Jetzt, wenn's stimmt. Ich glaub's an... Was dann, Joel? Wir haben es so weit geschafft. Bringen wir es zu Ende. Muss ich dich dran erinnern, was da draußen ist? Ich verstehe. Schwierige Entscheidung. Hier lange. Wenn wir durchs Zentrum gehen, sind wir bei Sonnenaufgang beim Rathaus. Hoffentlich. Ich würde sagen, ein Stückchen machen wir noch. Und dann, äh, schauen wir mal im nächsten Video weiter. Meine Güte. So sehen die Häuser also vom Namen aus. Sie sind so groß. Wahnsinn. Was ist hier passiert? Die Bereiche um die Quarantäne-Zonen wurden heftig bombardiert. Man wollte so viele Infizierte wie möglich töten. Hat geklappt. Für kurze Zeit. Äh, was war das jetzt? Tess, hörst du das? Ja. Lange, aber als wär's weit weg. Mist. Äh, sind wir sicher? Vorerst. Na los. Ach, du Scheiße. Ist mal irgendwie hier runter. Hier drüben. Hey, Tess. Komm her. Dann lag doch was. Das lassen wir lieber. Noch einer. Mist. Datum 02733, Einsatzleiter Waters Operationsgebiet 2438A 18.8 angekommen. Punkt 2438A, negativer Kontakt bei LZ. Bewege Patrouille nach Westen Richtung Zentrum. Äh, ihr könnt's selber lesen. Ja. Tja. Sie hat's wohl beim Warten auf Verstärkung erwischt. Gott verdammt, was ist das denn? Oh Mann. Was ist mit dem Gesicht? Ja. So sieht jahrelang Infektion aus. Das heißt, sie sind blind? So gut wie. Sie nutzen Geräusche. Wie Fledermäuse? Genau. Wenn du ein Klicken hörst, versteck dich. Oh, warten Sie dich. Zum Teufel. Mist. Sieht so aus, als würde gleich alles einstürzen. Er vor Alkohol und... Ah, okay. Haben wir da nicht. Kopf runter. Alles ist total... okay. Hilf mir hier mal. Fuck, was ist das denn? Was zum Geier, ey. Danke. Bist du okay? Nicht passiert. Suchen wir Vorräte. Scheiße. Oh, das war heftig. Machen wir, dass wir hier wegkommen. Na, bitte. Natürlich alles mit ihm, was geht. Kann alles gebrauchen. Vor allem Medis und Munition ist ganz, ganz wichtig. Gleichzeitig müssen wir mal auszusehen, dass wir hier rauskommen. War auch nur irgendwas. So eine blöde Bierflasche. Mann, war es ja nie. Sind die beiden jetzt? Nein. Hallo, hier steht der Weg. Oh, Mann. Mal sehen, ob's da weitergeht. Okay. Sicher. Komm schon, Ellie. Gut, Kleine, du bist dran. Los, komm. Ihr Schau. So. Okay. Komm, Große. Los. Okay. Okay. Scheiße. Los lost. Verdammter Drecke, was sind da für Viecher? Sehr gut, das haben wir erledigt. Jetzt können wir raus, über das Gerüst. Ich glaub, das war's. Ellie, alles klar? Bis auf die volle Hose. Alles klar. Dann los. Die Treppe ist dicht. Gehen wir wieder hoch? Hier, versorg die Wunde. Das können wir brauchen. Oh je. Ja, wie geht das jetzt? Hallo? Äh, was ist so? Ah, okay. Bitte, die Damen. Okay, komm. Das ist verrückt. Aber echt. Nach unten schauen. Was? Machst du Witze? Nein. Peiliger. Scheiße. Ich sehe mir das an. Bleib bei den Mädchen. Gehe weiter. Gehe weiter. Ach du Scheiße. Boah, das ging schnell. Und ich würde sagen, ob wir es hier weiter schaffen, seht ihr dann in einem anderen Video wieder. Mir hat es bisher sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bleibt mir treu. Bleibt gesund. Und passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Euer Daniel Spieters. Ciao, ciao. Ciao.